Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ORC-Freunde, liebe Partner, liebe Fans des Handballsports. Mir ist es vorbehalten, euch heute ganz kurz hier, das Neujahr hat gerade begonnen, ihr seht, ich habe extra einen Kalender mitgebracht. Wir sind unfassbar, schon wieder 1. Januar 2023, der ORC wird 30 Jahre. Wir haben das neue Jahr überschritten und ich möchte natürlich allen Mitgliedern, allen Fans, allen Freunden, allen Partnern des Vereins die besten Wünsche fürs Neujahr übermitteln im Namen des gesamten Vorstands, den Mannschaften, den Jugendmannschaften, den Frauenmannschaften, den Männermannschaften maximal Erfolge für die Rückrunde wünschen, mögen eure sportlichen Ziele in Erfüllung gehen und darf gemeinsam mit euch anstoßen, vielleicht jetzt schon auf das 30. Jahr des Bestehens unseres Vereins, auf eure persönlichen Wünsche mögen die Erfüllung gehen und ich wünsche euch allen und uns gemeinsam ein erfolgreiches 2023. Zum Wohl! Zum Wohl!